Ich will ein Spawner finden. Wenn ich mir so mal drüber nachdenke. Auf hart ein Spawner finden. Überlebenschancen sind gering. Sehr gering. So, wir bauen uns gleich eine richtig schöne Verteidigungsmauer damit. Wir müssen uns dagegen verteidigen, nicht dass die in unser Haus auf einmal herkommen. Steh ich auf, es sind Küche vor meiner Haustür, boom, halbes Haus weg. Ey, das Haus ist größer, als ich dachte. Baum. Ich bin immer wieder ein Baum. Ich brauche halt viel Holz. Zack, zack. So. Drei Bäume reichen auch. Ach komm, wir fahrt mal ein Holz-Axt. Boah, geht das, dauert das lange. Noch ein Baum will ich jetzt nicht, dass wir atmen zu lange. Ich will auch noch mal die Aussicht hier genießen. Das ist Lava, das ist noch ein Lava-Fall, cool. Ach ja. Hier will ich auch noch irgendwas machen. Weil irgendwann wird es mir nie an Sand für Glas mangeln. Bäume mit Holzkohle habe ich genug und naja, Sand für Glas. Ein bisschen habe ich hier, glaube ich. Oh, ein paar tausend Sandblöcke sind das da schon, ne? Das alles ausheben, das macht kein Mensch, ey. Das wäre doch der übelste Suchti nicht machen, glaube ich. Na ja, vielleicht der übelste war. Ich bin kein übelster Suchti. Ich bin allgemein keine Suchti. Ich hab'n Pfeil. Mhm. Na komm, fünf. Ach ja. Habe ich nen Dreck dabei? Nein. Aber ein Sand, das ist genauso gut. So. Das kann ich auch mal ne komplette Holzwand hier machen und nicht so ne halb Holz, halb Dreckwand. Sieht doch auch nicht schön aus. So. Damit ich auch immer wieder hochkomme. Hier. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so So, zwei sollen noch erstmal reichen. Ich wollte mir eigentlich nur ein paar Boxen machen, wenn ich insgesamt zwei Doppelboxen habe. Und ich springe hoch. Was? Was? Ey, das ist scheiße. Das ist nicht schön. Das Holz wollte ich eigentlich für was anderes benutzen. Man, 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 man. So. Eins, zwei, drei, 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 eins, zwei, drei. Und noch neun Holz übrig. wenn das was drin oder geht das ja es geht verloren es ist auch immer so einfach mal da passt läuft einfach mal rein falls euch fragt dass ich das bauche das stein ist ganz einfach abgezählt ich brauche ja ich weiß dass da was auf dem boden liegt was ich noch einsammeln werde mir gleich was ich gleich aufsammeln werde wenn die behalten was habe ich für eine rüstung um das fehlten kommen machen wir jetzt mal den schön brustpanzer hier armschienen dinger würden noch fehlen das ist doch mal ein batman batman in leder rüstung das glas behalte ich mal dreck kann ich gebrauchen ich speichel mal kurz der kommt gleich im weg zu gehen das wäre scheiße obwohl ich im Moment eigentlich keine bekomme um ehrlich zu sein äh wie hoch muss das am ende sein ein höhe halt ist da jetzt muss ich die treppe so machen nein ach da fahren wir noch den hier jetzt passt und hat luft soo fenster soo ich muss mal gucken wie ich das mit dem text chapik mache ich suche mir glaube ich noch ein besseres raus weil das hier ist ja 16x16 pixel sieht denn nicht so schön ok was ist nicht so schön es gefällt mir eigentlich auch aber das einzige was ich in diesem text chapik nicht mag aber dann in original texturen halt ähm das glas man kann nicht so gut durchgucken ansonsten würde ich es eigentlich auch nehmen aber da brauchen wir halt ein anderes text chapik da so das sieht doch ganz gut aus ach komm ich möchte schöner haben oh nö sonde du darfst da bleiben dann kommt da die tür hin da da dam 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 da dam dann nochmal geschichte laufen ach so ne glasverschwendung schweinerei Das geht aber noch. Das finde ich jetzt nicht so schön. Das geht doch eigentlich. Kann man rausgucken. So, und am nächsten Tag mache ich mir dann noch ein paar Fenster. Weil mit so wenig Fenster kann man ja nicht leben, ne? Moment. Hier brauche ich das auch kurz um. So. Hä? War da nicht so eine Druckplatte? Schweinreihe. Ach, scheiße. Und das Haus geht doch eigentlich. Na, was ist das da? Aber sonst bist du jetzt ganz okay. Und ich. So, lasse ich da jetzt drei frei und tage hier was rein. Aber falls ich Glas mache, gucke ich erst, wie das mal hinterher aussieht. Hier mal, hier weiß ich, was ich hier mache. Das Glas reicht. Dann gehen wir doch noch ein bisschen in Sandfarme. Ja, ich weiß nicht. Wo soll ich mir Sand hernehmen? Na, das ist mir das echt schwer. Sand aus der Wüste. So. So.